Servus Leute, wir sind heute in Stuttgart-Hafen und fahren Richtung Bruxelles. Ich werde euch gleich erzählen, über welche Bahnhof wir durchfahren, sobald wir hier raus sind. Wir sind heute in Stuttgart. Das war's. und das ist der fünfte 2018 und dazu kommt 610 meter zu können 186 die baureihe endlich mein gott sei dank ja und 900 tonnen kann man sagen federleicht zuckte einflussung zuckte einflussung ah ja vor 6 oder 7 monate gab schon auf meinem kanal dieses video aber in wesentlich miserable qualität und da hab ich gedacht da ist so eine neue kamera vor 3-4 monaten gekauft habe ja die um hundert fache besser ist als section cam hab ich mir gedacht nehm ich noch mal auf zuckte einflussung zuckte einflussung zuckte einflussung mit man war heute ziemlich heiß ein bisschen gleich kopfschmerzen Aber ich habe sehr selten, gut sei Dank armen Leute, die sowas wie Migräne haben, Schlimme. Tut mir echt leid. Aber bei mir kommt es meistens davor, wenn ich zu wenig Wasser trinke. Zug der Einflussung. So, das war gerade eben Stuttgart Untertürkheim. Stuttgart 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Zug der Einflussung Links haben wir ein Neckarpark im Auftrag des WDR In Description unter dem Video findet ihr noch weitere schöne Videos mit Musik die ich gemacht habe Ich habe letztes Mal geguckt, die Abrufe von den Videos sind gar nicht so hoch Da frage ich mich, haben die euch nicht gefallen oder habt ihr nicht alle durchgeguckt? Gewisse Videos haben sogar Abrufe von Nachtschicht zum Beispiel 1900 Mal oder so Ist ja nichts Ich meine von Aufwänden zu wesentlich kompliziert solche Videos zu machen Also man muss 70 oder 80 verschiedene Ausschnitte sammeln Mit dem Aholl es plötzlich an Mit dem Aholl es plötzlich an Dischung Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zugbeeinflussung ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe schon längere Zeit die Duel nicht gefahren, ich denke mal zweieinhalb Monate, drei Monate oder so. Mir kommt so vor, als ob das noch waren damals noch in Sowjetunion-Zeiten. Damals weißt du auch, so ungefähr. Ich habe schon lange Zeit die Duel nicht gefahren. Ich habe schon lange Zeit die Duel nicht gefahren. Ich habe schon lange Zeit die Duel nicht gefahren. Wachstum Jetzt war gerade eben der Schnarrenberg-Tunnel. Zartenhausen. Zug der Einflussung, Zug der Einflussung. Zartenhausen, Zartenhausen, Sie sehen noch eine Karte. WDR mediagroup GmbH. 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 WDR mediagroup GmbH.